Beim Neujahrsempfang wurde es bereits angekündigt, der Landkreis forciert den Breitbandausbau und erhält dafür eine Fördersumme von 15 Millionen Euro. Insbesondere steht dabei der ländliche Raum im Fokus. Also da laufen zurzeit die Gespräche mit den Bietern innerhalb des Ausstreibungsverfahrens. Da sind wir mittendrin und hoffen, dass wir in den nächsten Wochen zu einem Ergebnis kommen. Weil wir haben ja zusammengetragen, wo gibt es also noch Defizite, wo muss also sozusagen die Breitbandabsicherung noch verbessert werden und ausgebaut werden. Und da steckt man mittendrin in diesen Gesprächen und letztlich auch Verhandlungen. Eins zeichnet sich aber deutlich ab, dass es im Amt Ortrand, im Amt Ruhland und auch in der Gemeinde Schüppgau erheblichen Ausbaubedarf noch gibt. Besser sieht es aus in Senftenberg, in Schwarzheide und vor allen Dingen in Lauchhammer. Schritt für Schritt lautet die Devise, die konkreten Maßnahmen sind sehr umfangreich. Also die Maßnahmen, die da folgen, rein technischerseits wird der Bieter, der den Zuschlag bekommen hat, dann umzusetzen haben. Wir schreiben also keinen technischen Standard als solchen vor oder irgendwelche Bauleistungen, sondern wir verlangen, so wie es der Zuwendungsgeber ja auch in seinen Kriterien festgehalten hat, dass es für den Endverbraucher 50 Mbit pro Sekunde zwingend geben muss. Und wie unser Vertragspartner das dann umsetzt, mit welchen technischen Möglichkeiten und welchen Ausbaustandards, das bleibt ihm überlassen. Ein Anschluss an das Netz kostet Geld. Geld, welches aber nicht den Anwohnern in Rechnung gestellt wird. Also für den Endverbraucher selbst wird sich eigentlich nichts ändern. Er hat seine Kabelverbindung in seinem Wohnhaus üblicherweise schon drin liegen. Und soweit es dort keinen Glasfaseranschluss gibt und alles beim Alten bleibt, wird es keinen zusätzlichen finanziellen Aufwand geben. Anders sieht es aus, wenn man einen Anschluss hat und also eine höhere Übertragungsrate möglich ist, also ein Breitbandvolumen, das höher ausfällt und der Nutzer es auch haben will, dann gewährleistet wird, dann muss er auch natürlich entsprechend Wert bezahlen, so wie das bisher also auch schon bekannt und üblich ist. Es wird aber keinen Ausbaubeitrag, wie man das vom Straßenausbaubeitragsrecht her kennt, abverlangt werden. Die Region soll vorangebracht werden. Inwiefern können regionale Unternehmen davon profitieren? Also wir schreiben ja keine Baulästung als solche aus, sondern wir schreiben aus, dass es eine Wirtschaftlichkeitslücke zu fördern gilt zwischen Einnahmen und Ausgaben, die für den Zeitraum von sieben Jahren dann finanziell mit unterstützt wird. Und dann wird ein Telekommunikationsunternehmen, das den Zuschlag bekommt, zu prüfen haben, was ist notwendig und erforderlich im baulichen Bereich, dass es denn ausgebaut und verbessert werden muss, damit, und das ist nochmal die absolute Zielstellung, jeder Endkunde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mindestens 50 Mbit pro Sekunde an Bandbreite zur Verfügung gestellt bekommt. Ausgenommen, größere Unternehmen, die natürlich dann einen Glasfaseranschluss bekommen sollen und alle Schulen im Landkreis sollen auch einen Glasfaseranschluss erhalten, alle. Das Digitale Rathaus, die Digitale Schule, eine Vision, die jedoch schon heute mittels eines Glasfaseranschlusses möglich wäre. Im Projekt Glasfaserstadt Lauchammer erreichte die Stadt gemeinsam mit der LKG einen hervorragenden zweiten Platz beim European Broadband Award in Brüssel. Könnte man dieses Projekt theoretisch auch auf den gesamten Landkreis übertragen? Also das war ja mustergültig. Und das Beispiel geben, was LKG gemeinsam mit der Stadt Lauchammer da auf den Weg gebracht hat, dass also als Unternehmen man auch in ein wirtschaftliches Risiko eingetreten ist, dass sich dann mittel- und langfristig rentieren muss. Das ist aber leider ein Einzelfall und ist also in der Fläche bei uns im Landkreis und auch insgesamt im Flächenland Brandenburg eher die Ausnahme. Und von daher muss also die öffentliche Hand einspringen, um Anreize auch bieten zu können für die Versorgung im ländlichen Raum und letztlich für Unternehmen, die bereit sind, dann auch neben diesem öffentlichen Geld eigenes in die Hand zu nehmen, um den Ausbau dann zu realisieren. Ich denke, wir sind da auf einem guten Wege und OSL ist da auch im Vergleich zu anderen Landkreisen durchaus im vorderen Drittel. Aber es gibt eben noch sehr viel Nachholbedarf. Es gibt bereits bestehende Netzstrukturen, die sukzessive mit Parallelstrukturen überbaut werden. Also die werden nicht überbaut. Ich glaube, die Glasfaserkabel, da werden wir sicherlich noch kurz drüber sprechen, die da sind, reichen vollkommen aus, um die Bandbreiten, die da erforderlich sind, absichern zu können, um eine hohe Übertragungsrate gewährleisten zu können. Und da, wo es also sogenannte Kupferkabel noch gibt und die Bandbreiten nicht abgesichert werden können und da neue Kabel verlegt werden müssen, da wird es dann auch einen entsprechenden Ausbau geben. Dennoch, in der Gemeinde Grüne Walle ist es so geschehen. Also das wird auf alle Fälle nicht mit Fördermitteln, die der Landkreis akquiriert hat und zur Verfügung stellen wird, dazu kommen, dass es eine Überbauung gibt. Das ist mir also dergestalt nicht bekannt, weil gerade im Vorab im Rahmen einer Akquise, die erstellt worden ist, festgestellt werden muss, gibt es dort Defizite? Wenn ja, dann werden die ausgeglichen auch mit einer öffentlichen Förderung oder aber gibt es im Rahmen eines Eigenausbaus bereits Potenziale beziehungsweise wird in den nächsten drei Jahren in der Planung dort ein Ausbau vonstatten gehen, dann gibt es keine öffentliche Förderung und dann werden wir also diese Gebiete auch rausnehmen. Also wir werden uns nach dem zu richten haben, und das läuft derzeit auch in der technischen Abstimmung, was da ist, wenn es dort eine Versorgung gibt, beziehungsweise die in den nächsten drei Jahren zum Tragen kommen wird durch Unternehmen, die sich wirtschaftlich betätigen, dann werden wir uns dort zurückziehen und dürfen wir also auch keine Förderung ausreichen. Wenn es dort Defizite gibt auf Dauer und über die nächsten drei Jahre hinaus, dann sind wir dabei. Im Übrigen sind wir natürlich aber auch keine Regulierungsbehörde als Landkreis, sondern haben uns an den Zuwendungsbescheid zu halten und muss alles andere dann im wirtschaftlichen Wettbewerb erfolgen. Die Redaktion bleibt hier natürlich am Ball. Die Redaktion bleibt hier natürlich am Ball.